Hey, hallo ihr Simlinge! Ich bin heute am Start für euch mit einer sehr wichtigen Mitteilung. Diese wird mir auf jeden Fall auch keineswegs leicht fallen, das werdet ihr merken, denn ja, man muss sagen, dieser Kanal hat mich zwei Jahre lang bis jetzt in meinem Leben begleitet. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß in dieser Zeit und habe auch wirklich die Zeit mit euch genossen und ihr wart immer alle so lieb zu mir und ach, das war einfach... Es war wirklich, wirklich, wirklich eine schöne Zeit für mich. So, nun ist es aber so, dass man sich im Leben weiterentwickelt. Das heißt, man bleibt nicht stehen, man entwickelt sich halt einfach irgendwie weiter. Findet Gefallen an anderen Dingen und ja, was früher für einen wichtig war, das rückt eher in den Hintergrund und ja, ich habe jetzt auch keine wirkliche Vorlage von dem, was ich jetzt hier erzähle. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen holprig rüberkommt und holprig ist. Aber gut, ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. So, ähm, die letzten drei Wochen oder so kam mir schon wieder kein Video. Oder die letzten zwei Wochen, ich weiß es gar nicht, wie lange das schon wieder her ist. Oh mein Gott. Also, es kam kein Video und in der Zeit habe ich einfach gemerkt, okay, ich kann mich einfach, ähm, nach der Arbeit auf die Couch setzen, mich den Dingen widmen, die ich zum Ausgleich ohne Arbeit irgendwie brauche. Und, äh, ja, das ist dann zum Beispiel ganz einfache Sachen wie der Haushalt, dann auch dieses Entspannen, dieser Ausgleich nach der Arbeit und vielleicht auch mal die ein oder andere Serie im Fernsehen schauen. Und ich muss dazu sagen, die Sims 4 Zeit, so, ich habe fast den ganzen Nachmittag am Computer gesessen und, ja, der Fernseher lief nur am Wochenende, wenn ich nicht alleine war und ich hätte eigentlich gar nicht gewusst, dass der noch funktioniert oder so, wenn mein Freund den am Wochenende nicht eingeschalten hätte. So, auf jeden Fall, ich hatte in den letzten drei Wochen so viel Zeit und habe diese natürlich auch sinnvoll genutzt, habe Dinge gemacht, die ich, ähm, lange nicht gemacht habe oder Dinge gemacht, die ich schon mal machen wollte. Also Dinge, die ich sonst mal aufgeschoben habe. Und unter anderem gehört dazu auch eine Sache, die auch mit YouTube zu tun hat. Ich habe vor ungefähr zwei Wochen, ich habe schon mal eine Ankündigung gemacht, äh, ich habe einen anderen Kanal angefangen, eröffnet und es macht mega viel Spaß und da sind wir jetzt halt wieder bei dem, dass man sich weiterentwickelt und es hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, der Unterschied zu Sims und zu diesem Kanal besteht darin, dass man bei Sims sich wirklich jeden Tag an den Computer setzt und für euch Videos macht und Thumbnails macht und so weiter und so fort und, ähm, ja, wie gesagt, äh, wie kann ich das erklären? Da werden dann auch wieder Kommentare kommen, wenn ich das wieder erwähne, aber es ist nun mal so. Ihr geht in die Schule, ihr schreibt Arbeiten, ihr lernt für diese Arbeiten, steckt da Zeit rein, um euch vorzubereiten und, ähm, um diese Arbeit so gut wie möglich abzuschließen, die bestmögliche Note herauszuholen und so ist es halt, wenn man YouTube macht, auch. Man steckt Arbeit da rein und man erwartet, also man steckt sogar sehr viel Arbeit da rein. Also es ist ja, wie gesagt, nicht nur das, was ihr im Endeffekt im Video seht, da gehört die Vorbereitung dazu, die, ähm, das Bearbeiten des Videos und so weiter und so fort. Hochladen, Beschriften, bla bla bla. Man steckt Arbeit rein und erwartet dies das bestmöglichste Ergebnis. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr keine supergeile Community wart, nein, im Gegenteil, ihr wart, glaub ich, ihr seid, glaub ich, ihr seid es ja immer noch, die beste Community, die man je haben kann, aber dieser Kanal entwickelt sich einfach nicht weiter. Also wisst ihr, was ihr meint? Also wenn wir das jetzt mal von der Schule auf diesen Kanal überbringen, man steckt Arbeit rein, um die bestmöglichste Note zu erzielen. Bei YouTube ist es so, man steckt Arbeit rein, um den Kanal weiterzubringen und das ist einfach dieser Stillstand, den wir jetzt hier haben und ja, ich sag's auch wieder, EA hat da sehr große Schuld daran. Ähm, es gibt bei Sims, wenn man klein ist, wenn man nur Sims macht, absolut, man hat keine Chance weiter, also größer zu werden. Es geht nicht. Und das möchte ich auch jedem sagen, der anfangen möchte, Sims zu machen, nehmt andere Sachen mit rein, spielt nicht nur Sims, auch wenn das euer Lieblingsspiel ist. Ich sehe diese zwei Jahre definitiv nicht als verlorene Zeit. Wie gesagt, die waren sehr schön und es war eine wirklich sehr schöne Zeit in meinem Leben, wirklich. Aber ich möchte dieses jetzt hier erstmal, ja, es fällt mir schwer, beenden. Ich möchte die Zeit beenden, die Sims-Zeit. Ich werde natürlich weiterhin auch, ähm, privat für mich Sims spielen. Kein, kein, äh, kein Ding, also kein, äh, besteht kein Zweifel. Und ich möchte allerdings, ich höre nicht auf mit YouTube, wie gesagt, ich höre nicht auf. Ich möchte einfach nur meine Produktivität auf diesen anderen Kanal verlegen. Ich verlinke ihn euch natürlich unten in der Infobox. Und, ja, es ist halt der Unterschied bei dem anderen Kanal und Sims. Der andere Kanal, man steckt Arbeit rein und hat Erfolg. Und es ist, kann mir keiner erzählen, dass wenn jemand Arbeit in, ich weiß, da kommen nämlich Kommentare, mir kann halt keiner erzählen, dass wenn er Arbeit in etwas reinsteckt, er nicht auch eine gewisse Gegenleistung erwartet. Also, mir kann keiner sagen, dass wenn er, äh, so viel Arbeit in ein Video steckt, dass man, aber wisst ihr was, es ist egal. Es ist egal. Ich möchte mich darauf jetzt hier nicht versteifen. Auf jeden Fall möchte ich, ähm, meine, meine Hauptproduktivität auf den anderen Kanal richten. Ganz einfach aus dem Grund, weil, ja, man hat die Chance, weiterzukommen. Man wird vom Kopf her viel mehr gefördert. Ich habe in den letzten zwei Wochen so viel über Videoschnitt gelernt mit dem Programm, das ich habe. Und es ist einfach so krass und macht Spaß. Und, ja, man muss sich halt neue Dinge ausdenken, wo man bei Sims dann halt einfach nur seine Episode, ja, ich sag's mal ganz krass, unterrasselt. Und, ähm, das 20 Minuten jeden Tag, wo ich dann bei dem anderen Kanal einfach mal sagen kann, oh, nö, heute habe ich keinen Bock und, äh, nö, mache ich halt mal nichts. Wisst ihr? Und es ist halt kein Druck dahinter, wie bei Sims, dass man sagt, ach, wenn du heute nichts machst, dann kommt schon wieder kein Video. Und so ist es halt bei dem anderen nicht. Ich habe halt noch Zeit für mich. Ich kann genug Energie in YouTube stecken, aber habe auch noch Zeit für mich, was bei Sims leider nicht der Fall ist. So. Okay, das ist eigentlich schon, ähm, diese, ja, Hauptsache, die ich euch sagen möchte. Ich weiß nicht, ob ich Sims offiziell jemals weitermachen werde, jetzt hier so auf YouTube. Ähm, es kann durchaus passieren, dass, äh, ich die großen Erweiterungen, die noch kommen werden, oder wenn Sims 5 kommt oder so, dass ich dann das wieder mit aufnehmen werde. Denn, wie gesagt, Sims ist mein Lieblingsspiel. Ich werde es auch privat weiterspielen. Und ihr könnt mir natürlich schreiben, wie ihr möchtet. Ich bin nicht aus der Welt. Ich bin einfach nur ein bisschen, ja, verlagert. So kann man das sagen. So. Und jetzt kommen wir dazu. Ich möchte euch nochmal den anderen Kanal zeigen. Ich werde wahrscheinlich hin und wieder auch nochmal ein Video dazu machen, was auf dem anderen Kanal so passiert, dass ihr vielleicht, ja, wenn ihr mich nicht verlieren wollt, sag ich mal, dass ihr vielleicht einfach mitkommen könnt, oder wenn ihr das möchtet, dass ihr mitkommt. Und, ja, ich zeige euch jetzt einfach mal den anderen Kanal. Also, ich bin hier noch in der Sims-Übersicht und ich wechsle mal eben auf das Internet. Der andere Kanal, der neue Kanal, heißt Melli Pirelli und im Moment sind hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Videos online heute Nachmittag um 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob 16 Uhr jetzt schon gewesen ist oder ob 16 Uhr noch kommt. Das weiß ich nicht. Je nachdem, wenn das Video hier online geht. Und, ja, was passiert so auf diesem Kanal? Also, wie gesagt, ich denke mir jedes Mal Challenges aus und das fördert unwahrscheinlich den Kopf, muss ich sagen. Das macht Spaß und das ist echt, ja, es ist einfach nur cool. So, also hier haben wir zum Beispiel Ich zeige euch mal, was jetzt bis jetzt schon so hier ist. Hier haben wir einfach nur ein Vorstellungsvideo. Hier haben wir, ähm, ja, so ein bisschen ein lustigeres Video. Da habe ich Anmachsprüche rausgesucht, schlechte Anmachsprüche und diese so ein bisschen in einen kleinen, äh, ja, wie Sketch oder so. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Also, ich habe das da dann reingepackt und sozusagen die Anmachsprüche erwähnt und dann meine Reaktion darauf. So. Hier haben wir ein Video mit Turbo Toni. Alle kennen ihn noch oder die meisten von euch kennen ihn noch. Wir haben hier schon ein Video zusammen gemacht auf diesem Kanal. Das hier ist die Try Not to Love Challenge und das letzte Video ist Jugendwörter raten. Das waren echt coole Wörter dabei und, ja, das war echt, ich denke, das wird lustig. So, dann haben wir noch ein Video, was auch heute bis 16 Uhr kommt und das wird dieses hier sein. Ähm, da kram ich meine Kinderfotos raus und ihr dürft echt gespannt sein, weil da sind echt lustige dabei. So. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig und ja, es ist halt, jeder entwickelt sich irgendwo weiter und das ist halt irgendwie im Moment gerade mein Werdegang und ich würde jetzt, denke ich mal, für mich privat auch ein bisschen Sinn spielen. Okay. Auf jeden Fall, es würde mich freuen, wenn ihr auch vielleicht mal auf dem neuen Kanal vorbeischauen würdet. Vielleicht auch bleibt, um weiterhin bei mir zu bleiben. Das würde mich sehr freuen und, ja, ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag und seid bitte nicht ganz so traurig oder schreibt bitte nicht ganz so fiese Kommentare, wobei die nehme ich mir mittlerweile auch nicht mehr zu Herzen, genauso wie die Daumen nach unten, die gehen mir mittlerweile auch am Arsch vorbei und, ja, ich habe euch lieb, vergesst es nicht. Okay, na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.